Hallo und Herzlich Willkommen, ich bin Macamaga und willkommen zu meinem Gameplay auf diesem Kanal. Ja und jetzt gibt es hier eine einzelne Runde von mir, Fortnite. Man hört wieder den Stream von Jail, ich verlinke ihn deswegen auch wieder ganz oben. Es ist nämlich noch von denselben Abend, das ist das dritte Video, die dritte Aufnahme, die ich da gestartet habe. Das war alles spontan, es waren einfach nur geile Runden da an den Abend und diese Runde ist wirklich super geil. Wenn es euch gefällt, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Schaut bei Shell am besten noch mal rein, wenn ihr euch interessiert. Es ist ein regelmäßiger Streamer, kann ich immer noch immer wieder erwähnen. Macht gute Streams, also macht Spaß ihn zuzugucken. Deswegen hatte ich ihn auch nebenbei laufen. Also es ist bei mir fast jeden Sonderprogramm, ihn zu gucken. Ja und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und ja, wenn ich noch was besser machen könnte oder sonst irgendwas, schreibt bitte bitte in die Kommentare. Ich weiß, ich spreche wahrscheinlich in dem Video wieder etwas leise, aber das ist zwar alles so spontan. Ich habe mich nicht eingestellt auf den Dings, auf diese Aufnahme. Das war einfach nur, ich zocke und gucke nebenbei ich stream. Und dann kam so eine geile Runde drauf, äh, Runden, da musste ich einfach, äh, das mit, mit aufnehmen sozusagen, Sicherheit weiß. Und es kam natürlich was geiles raus. Also viel Spaß mit diesem Video. Äh, ich labe schon wieder zu viel dusseliges Zeug. So, let's go mit dem Video. Wow. Yeeeea, Appadappaduuu. Voll risky. Könnte noch ein anderer hier sein, weil er in diese Richtung geflogen ist. Bis jetzt sehe ich kein. Gott sei Dank. Also bis jetzt. Also LKW ist ne Kiste, da ist auch ne Kiste. Alles klar. Hier ist auch ne Kiste, wusste ich doch. Und nur Scheiße drinnen. Geil. Das heißt nix. Ich muss echt mal angewöhnen, dass ich durch die Munition und Holz und so durchlaufen kann. Seit dem letzten Update. Jetzt sammelt der ja automatisch auf. Geil. Geil. Schrot. Geil. Glück, glück, glück. Super. Geil. Hab mir bleibt diese auf der Ecke. Echt Schnickel Mensch Rauf da jetzt Alles meins Ab geht er Mitch Lauf doch Alle Schnippern so jetzt wäre nicht schlecht Wäre nicht schlecht Was ist das da? Oh, ein Getränk Den Schlürfe ich natürlich auch noch schnell Das ist auch immer laut Das ist auch immer laut Was haben wir denn hier? Die Schroti schießt so langsam Scheiße Verbände Ich werde den Trank nochmal mit Sieht so aus wenn ich hier ein bisschen alleine bin Allein 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 Ja Hier ist eine Kiste Ich höre sie Blaues wäre nicht schlecht Blaues Blaues Aber wird mir Das stumm gewählt Das ist auch schön Fast sogar sehr schön Schrot zieht Die Pumpgun Ich lade so lange nach Deswegen bleibe ich bei der Dosen Die Schritte sind immer so laut Von den Maniketen Noch ein Trank Zwei Tränke Läuft Noch ein Trank Wollt ihr mich verarschen Das kriege ich auch einmal alles Jetzt muss ich doch nicht reingehen Ich glaube das hier noch ein Kommt Also ich glaube es nicht Den baue ich hier noch ab Ich habe mir das jetzt mit 30 mitteilen Das ist auch schön Shit Sehr schön Die Muni brauche ich Irgendwann nicht So mal gucken wo Die Zone endet Ich gehe nochmal da vorne hin Ist da um rechts Boah ich habe kein Ziel Ich habe kein Kein Schnippel Um es nur so zu sagen So als wenn ich da was gesehen hätte Dann will ich da mal gleich mal hin So als wenn hier schon eine war Vorne schon keine Muni mehr Außenrum Durch den Bauernhof ist echt Viel zu risky Ich brauche noch was cooles Was geiles Was richtig geiles Eine Schnippel zum Beispiel Eine Ska Eine Schnippel und eine Ska Aber er geht mir einfach auch nicht schlecht Ja Raketenwerfer wäre richtig top Wie in der letzten Runde Der mich abgeschossen hat Der hat das Ding ja auch gewonnen Der hat Alle mit den scheiß Raketenwerfer Abgeschossen Weiß nicht ob er sonst alles nicht Treffen kann Und drücken kann Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich will jetzt nicht sagen Der Busch ist scheiße Ich gehe jetzt nochmal hier rein Was leuchtet denn da Die ganze See ist drin Ich habe es Crowell die gefährlichen Die Scheiße. klein effekt Ich weiß nicht, ob sie die abgeschwissen hat, die wurde ja direkt dazu. Ach, mit dem scheiß Zeug, was sie da hat. Noch bereits voll. Mal gucken, wie die Zone hinkommt, weil die Ginges Blaues ist. Oha! Da hinten ist der Reiter. Ein Baum. Das ist Lieder. Kann das gar sein. Ich habe nicht gesehen, von wo der Schuss kommt, aber da oben sieht es so aus. Das kann aber auch ein Busch sein. Das wäre jetzt echt doof, wenn ich jetzt stehen würde. Ja, das ist schön. Nimm mich gehen. Schnell hoch. Kann das nicht hinholen. Schnell hoch. Schnell hoch. Schnell hoch. Schnell hoch. Das war's. Oh, Mann, was ist denn das hier, da rauf? Oh, Mann, was ist das hier? Oh, Mann, was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Oh, Mann, was ist das hier? Oh, Scheiße. Dein hübscher Spitzwagen. Hab ich ein Schweini. Ich bin jetzt aber trotzdem gut. Oh, Mann, was ist das hier? 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 Oh, Mann! Oh, Mann! Puh, enge Kiste, enge, enge Kiste, hoffentlich bin ich in der Zone, 6 überlebende noch, oh Fick dich, ja genau Ja, nicht halt außenrum Wut ist abgelenkt Ja Nein Achso, doch, ich kann ja aufnehmen Ich habe ja Platz Ganz fix Auf Krampf Wurr Wurr Ich schlug, ja bisher Hättest du gern, ne? Dass du mich getroffen hättest, du Fotze Bist da oben irgendwo? Kleiner Spast. Kleiner Spast. Kleiner Spast. So, mal zum Gehen. Kleiner Spast. 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 Ich muss es sein. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen dicken Daumen nach oben. Geil, geil, geil. Ja. Ringgeklappt und tödelü. Tschüss.